Ja, da ist es. Mal das Foto, dass ich da... Verdammte Kacke, ich will meine Belohnung. Bin ich noch zu wenig nahe dran? Wollt ihr mich nerven da, Rockstar? Oder ist das aus einem Luftfahrzeug raus nicht mehr möglich seit Donnerstag? Verdammte Kacke. Jetzt geht's. Also wo ist denn das? Da mitten im Nirgendwo bei Harmony über diese Hütte dort am Wegesrand. Da hat es ja mehrere solche Hütten. Und dort drüber ist es. Mal schauen wie nahe ich heute rankomme. Ja Moment, da drüben bei Fort St. Kudo ist es ja auch noch. Das ist doch das von gestern. Ist es auch noch da? Jetzt sind es schon zwei. Zum ersten Mal zwei. Sonst war es immer nur eines. Bin zu deiner Meinung, 90% der Leute cheaten sich alles und haben keine Ahnung vom Spiel. Ja. Also ich bin jetzt auch nicht da der krasseste Spieler. Aber ich sag einfach, wenn ich einfach nur eben alles zusammen bescheissen will, viel Geld mir kaufe oder hin cheate, ja dann muss ich gar nicht das Spiel spielen. Dann kann ich einfach sagen, ich bin fertig, ich habe fertig, also Spiel erledigt. Das sieht aber anders aus. Nochmals 50.000. Ja genau, das sieht neu aus. Ist das jetzt ein Plug oder ändert das dauernd sein Aussehen? Was war wohl im Bug? Jetzt haut es auch ab, okay. Ich bin ja froh, dass die mich nicht zerstören, wollte ich gerade sagen und stürze ab. Jetzt fliege ich hier sonst noch rum, solange es noch dunkel ist, prob ich sonst noch irgendwo ein solches Flugobjekt sehe. Jetzt schaue ich hier. Jetzt schaue ich hier. Jetzt schaue ich hier. Jetzt schaue ich hier.